F*** deine Mutter, du ****** Sohn! Ich schicke ihm jetzt ein ****** mit. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als eine Rolex. Klar, zwei Rolex. Wenn das Alzheimer reinkickt, du re-talks, sagst richtig was rausfahren willst, du hast es einfach vergessen. Annika, der nächste Schritt zwischen uns ist dann... Easy. Wenn ich nicht meinen Rhythmus habe mit meinem Schlaf und vier Stunden früher aufstehe als gewohnt, hab ich sofort Durchfall. War das Granatensack oder was? Oh yeah!